Hilde putzt Heidi. Heidi knabbert an der Kalbsufe. Und Hilde macht Heidi sauber vom Spaziergang. Jetzt wird es ein bisschen weh. Hey Hilde, die will doch nur knabberen. Hilde ist sehr, sehr kuschelbedürftig und spielbedürftig. Jetzt nimmt sie die Heidi in den Klammergriff. Tatsächlich. Hilde, komm mal her. Ich muss mal Heidi retten.